Wir begrüssen unsere Seelen-Polle, der Jee. Und zum Start zeigt er euch gerade, wie stark er ist. Oh, ich kann zwar noch, was ist. Strick-Töpfis. Wer ist das? Der Schenk? Oh, wer hat den Gurt drauf? Aber dann können wir ja etwas machen, das Mund spüren. Ich bin gerade für die Beste, das wir besagt werden. Und wir können auch noch viel, was wir damit sagen, dass wir das Problem machen. Aber dann können wir ja auch noch vernommen, wenn wir die Beste über志�rat haben. Und wir werden alle auf die Beste überprüfen.